Spurlos. Sehen Sie am Dienstag wieder neue Fälle. Nach einem heftigen Streit verschwindet die an Magersucht erkrankte Bärbel Bleier. Tage später macht ihr Mann eine grausame Entdeckung. Als Diana zu ihrer Tante zieht, lebt das schüchterne Mädchen auf. Fünf Jahre später kehrt sie von einem Disco-Besuch nicht mehr zurück. Spurlos. Dienstag 21.15 Uhr bei RTL. Wollen Sie einen fernsehfreien Abend? Nehmen Sie auf keinen Fall den Dienstag. Diese Frau wird Mittwochabend für immer schweigen. Marion Mott war Zeugin. War eine Mord. Der Tod ihrer Mutter macht sie zur Zeugin gegen die Mafia und Stryker zu ihrem Leibwächter. Stryker wird getötet zusammen mit diesem Mädchen. Der Mörder ist im Zug. Eine Jagd auf Leben und Tod beginnt. Bert Reynolds ist BL Stryker. Mittwoch 20.15 Uhr bei RTL. Jetzt gibt's von FIS den Spezialreiniger fürs Bad. Einfach aufsprühen und Schmutz und Kalk geht's an den Kragen. Ohne Schrubben. Nur abspülen und ihr Bad strahlt wieder wie neu. Der Spezialreiniger fürs Bad. Von FIS. Mühelos perfekter Glanz. FIS. Mühelos perfekter Glanz. FIS. Mühelos perfekter Glanz. Mentos, the Freshmaker. Haben Sie heute schon gespart? Ich schon, mit meinem Visier Ultra. Das hat jetzt sogar die Öllösekraft. Ach du Rennfahrer, Fahrradöl. Kein Problem, denn ich wasche regelmäßig mit dem neuen Visier Ultra. Neulich haben wir aus Versehen sein Ölfläschchen mitgewaschen. Aber seit ich immer wieder das neue Visier Ultra nehme, sind sogar diese Ölflecken rausgegangen. Schau mal, wieder blitzsauber. Und schon wieder Geld gespart. Das neue Visier Ultra mit der Öllösekraft, auch bei Visier Color. Jeden Donnerstag in Deutschland. Erst Shopping, dann Shopping. Reisen Sie mit uns im Strom der Zeit durch die Jahrhunderte. Und erleben Sie den letzten Kampf der Menschheit gegen eine mitleidlose Übermacht. Lassen Sie sich von der Zukunft fesseln. Keine Angst, wir bringen Sie wieder zurück. Carrie Fisher und Dean Stockwell in Time Guardian, Wächter der Zukunft. Der Action-Thriller. Donnerstag, 22.15 Uhr bei RTL. Der längste Donnerstag. Stephen King wird Sie nicht schlafen lassen. Drei Horrorgeschichten, bei denen sich die Nackenhaare sträuben. Wenn Sie sich gerade das Rauchen abgewöhnen, schauen Sie lieber nicht hin. Und vielleicht sollten Sie besser nie erfahren, warum dieser Mann nicht einfach den Lift nimmt. Stephen King wünscht Ihnen eine schlaflose Nacht. Mit Drew Barrymore und James Woods im Katzenauge. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr bei RTL. Das war's für ein Mensch. Olarg. يتética die Nackenhaare. Bist